Herzlich Willkommen Leute zu einem weiteren Teil von FUT Online Saison. Ich habe eine kleine Neuigkeit für euch und zwar habe ich mein Team abgeändert. Ich habe mir einen spanischen linken Mittelfeldspieler gekauft, den ihr hier auch sehen könnt. Folgende Spieler sind verletzt, haben keine Verträge mehr. Sanchez. Bei mir ist es Vertrag. Ich schaue euch, ob ich einen Vertrag anwenden kann. So, gucken wir mal. Vertrag. Und dann tun wir nochmal hier den Spielervertrag anwenden. Das müsste jetzt hoffentlich der nächste Sieg sein, da ist diesmal mein Internet nicht belastet. Aber mit diesem 4, 5, 1. Mal gucken. Scheint nicht so offensiv zu sein, wie ich es mir am Anfang gedacht habe. So, oh mein Gott und das Internet ruckelt nicht. Damit haben wir die Bestätigung. Es lag ganz klar an meinem Internet. Oh, die Chance. Die Chance. Und was für ein Tor. Was für ein fucking Tor. So viel zu. Ich spiele scheiße, Alter. Ich habe es drauf. Das Internet hat mich nur abgefuckt. Nach 7 Minuten 1 zu 0, Alter. So läuft es hier in Ulm. Das war noch so ein schöner Seitfallzieher, Alter. Was für ein Pass. Was für ein Trick. Was für ein Schuss. Was für ein... Jungs, da seht ihr es. Ich bin nicht scheiße. Ich nehme es gerade am selben Abend auf, wie der Livestream war. Das lag am Internet. Jetzt aber. Fuck, Alter. Ich möchte zu gern die Schussstatistik am Ende sehen. Oh mein Gott, Junge. Du weißt schon, wie easy ich da gerade durchkomme. Durch deine billige Abwehr da. Grätsch doch nicht bei jeder Scheiße, Mann. Kann man mal machen, wa? Kann man mal machen, wa? Schade, Alter. Ja, hast du verdient. Jawoll, 2 zu 0. So läuft das hier. Das ist meine Antwort zu dem Thema. Du bist aber heute gut drauf. Easy. Gibst du auf? Nö. Er wollte nicht aufgeben. Junge, spielst du mit Tastatur, oder was? Kauf dir mal einen Controller. Viel zu einfach, Junge. Viel zu einfach. Wie kannst du nur? Und 11 Meter. 11 Meter, Bruder. Du darfst dein Bein da nicht raustun. Was tust du dein Bein noch rausstecken, Mann? Du kannst dich bringen. Schade war's, Bruder. So, Nummer 3 ist auch drin. Und wenn du jetzt nicht aufgibst, dann bist du selber schuld, Kollege. Gebt doch einfach auf. Komm, macht. Das war, glaube ich, die erste erfolgreiche Grätsche allgemein von ihm in dem Spiel heute schon. Und der erste Torschuss. Ja, glaube ich's denn. Das bringt dem auch nichts mehr. Bruder, in 10 Minuten machst du never ever a goal. Verstörst du mir. 2 Minutes. 2 Minutes. Junge, 2 Minutes. Jetzt kriegst du erstmal noch eine Karte. Das finde ich sehr schön. Und damit ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen 3 zu 1. Weil ich das Spiel beherrsche. Und bei dem letzten Stream habe ich scheiße Internet gehabt. Wegen Stream. Du verstehst? Gut. 701 Punkte und die nächsten 3 Punkte. Es fehlen noch 3 Stück zum Aufstieg. Endlich einen Gegner gefunden, Mann. Oh, mein Handy wäre fast runtergeflogen. Einmal das Gewinn zum Aufstieg. Es geht hier also um den fucking Aufstieg. Seine Teamchemie ist zwar bei 100. Aber die Bewertung ist ungefähr auf dem gleichen Level wie unser Team. Das heißt, wir haben hier gute Chancen. Ja, Bruder. Pass auf, was du machst. Direkt erstmal hier unter Druck gesetzt. Das ist schön. Das passt Spiel. Da kommt die Flanke. Ja, das kann ich spielen. Jetzt! Mach das Ding! Du hässliche Mistgeburt! Oh, mein Gott! Die kommt perfekt! Was ein Tor! Eins! Null! Das hier mal dabei! Da ist Biva! Biva Colonia! Ja, wo ist denn die Fliege? Da oben sitzt sie! Oh, mein Gott! Die sieht voll fett aus! Ich glaube, die ist die hier. Jawohl! 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 Ja, moin! Oh, fuck, Alter! Easy Ball! Mann! Junge! Der muss rein! Alter! Man kann es auch übertreiben, ja? Ja! Nein, du hässlicher Hurenficker! Scheiße spielen hier Noobs, Alter! Guck dir das an, Mann! Komm, ich nehme mich hier durch! Zickzack, Heckmeck! Ey, wenn du jetzt bei 1.0 aufgibst, ne? Wenn du jetzt bei 1.0 quittest, dann lache ich mir echt einen ab. Oh, fast Freirektier, Tor, Alter! Ey, ich glaube es nicht! Wie viele Torschüsse kann man haben, Alter! Oh, mein Gott, wie easy! Oh! Mann, die scheiß Latte! Was macht der denn? Was macht der denn? Oh, das war jetzt! Oh! 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 Was für ein Traumtor Was für ein Scheiß Traumtor Tor Oh mein Gott Da haut der einfach mal den Hammer raus Gönnt euch diesen Vollspannschuss Bitch Das nenne ich ein Traumtor Geh doch drauf Nein Was grätschig Ich bin doch Behämmert Mandy Ich möchte ein Wackbild von dir Auf mein Handy Ja passt doch Wiederholung passt Junge drück doch einfach weg Ich weiß jetzt schon wo du hinschießen wirst Ich merke gerade dass deine linke Seite komplett offen ist Hast du wahrscheinlich selber noch nicht gemerkt Ho Easy Drei Null Mofaga Und wenn du jetzt nicht aufgibst Dann ist das echt schon traurig Dann check ich's auch nicht Aber du bist scheiße 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 Das war ein geiler Text für einen Rocksong Alter Ich weiß nicht wieso Du scheinst dich echt bei jedem Zweikampf zu verschätzen Oh Elfmeter 4-0 wird's gleich Alter Kollege Das wird ein 4-0 Das ist dir klar Gell So Pause angemeldet Also Das ist schön Willst du aufgeben Also ich hätte da persönlich jetzt Nichts dagegen Oh Schade 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 Da gewinnen wir 10-0 Kriegen 767 Foot Münzen Und Sind Aufgestiegen Tatsache Das war ja ein schöner Sieg Wir haben jetzt 2500 Münzen Ich sammle die mal ein bisschen jetzt Um zu schauen Wann denn Wieder Irgendwelche Spieler Fitness und so weiter Und Verträge brauchen tun Und dann Wenn ich mir damit Die nötigen Karten kaufen gehen Das war es mit dem Video Ich hoffe das ganze hat euch jetzt ein bisschen gefallen Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dann Euer Ossi Kölner Bis dann Mal